Wie geht's, Orange Carpet? Willkommen am Set von Overlord und die Underwoods. Hi, ich heiße Ari und führe euch hinter die Kulissen einer brandneuen Nickelodeon-Sendung. Genau, ich bin Kamaya und bei Overlord und die Underwoods geht es um eine ganz normale Familie, die einen Verwandten aufnimmt, der zufälligerweise der zweitmeistgesuchte außerirdische Bösewicht im Universum ist. Ich spiele das jüngste Familienmitglied Weaver und an Weaver gefällt mir besonders, wie er sich im Laufe der Serie weiterentwickelt, selbstbewusster wird und lernt, seine Komfortzone zu verlassen. Au, mein Gesicht! Und ich spiele Willow, Weavers Schwester. Sie ist sehr entschlossen. Sie will einfach alles und ist Kapitänin aller Schulteams. Eins steht fest. Wir haben viel zu tun, um den neuen Hausgast im Blick zu behalten. Leise Menschen! Ich will mich verstecken. Ja, ich. Overlord! Bin im intergalaktischen Zeugenschutzprogramm. Aber meine dumme Familie, die Underwoods? Benästens habe ich einen treuen Diener. R.O.F.L. R.O.F.L. Hä? R.O.F.L.? R.O.F.L. R.O.F.L. gehört zur Familie. R.O.F.L. R.O.F.L. oder der Vater der Serie. So ist das. Die Besetzung steht. Wir müssen weitermachen, aber hoffentlich hat euch der Blick hinter die Kulissen gefallen. Und bitte seht euch die Sendung auf Nickelodeon an. Tschüss! ist wie Nickelodeon. Seltsam, was Menschen unterhaltsam finden. Nickelodeon. Sagt man das so? Nickelodeon! Ha, eigentlich ein cooler Name. Und falls einer der Kopfgeldjäger fragt, ihr habt mich nicht gesehen. Das ist so wichtig, weil ich meinen neuesten finsteren Plan umsetzen will. Hahaha. Ah! Ja.